Nee, wollte ich sagen. Und die hat gesagt, wenn du irgendwie, weiß ich, einmal Wandenstrich hast, vom, weiß ich, Buntstift oder was auch immer, gehst du mit diesem feuchten, nebelfeuchten Art Schwamm, das ist wie so ein Gummifest, sich das an, ey, das geht weg, ohne dass da Farbe verschmiert, das ein richtig irre Zeug ist, das. Jetzt will ich versuchen, die Ecken im Flur mit dem Ding zu bearbeiten, wenn das funktioniert, sie hat mir das geschenkt, hat gesagt, hier, probier mal aus, gib's auch bei DM zu kaufen. Sie hat auch gesagt, wie das heißt, ich hab's auch mal vergessen, ich lag mir so eine Sonderbegriffe immer an ich, weißt du. Dann siehst du, wir sind auch gut beschäftigt, ja. Plötzlich so ein Ohrendruck gehabt. Ja. Ja. Ja, Siegfriedchen, so ist's etwa, so hat jeder seine Sorgen. Vielen Dank.